ja so oder egal noch müssen unsere stein dinger nutzen wir haben es ja noch nicht so gut wir sind ja nicht auf reichtum aus wir sind ja auf unsere burg aus wir machen hier tun mal wieder primär das bauen setzen bisschen höhle bisschen bauen und dann ist gut kohle 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 hier oben bin ich das letzte ist immer noch da sind du scheiß vieh na komm her ich bin jetzt ein zombie Ach, nee. Ah, ist schon ein bisschen schwierig hier jetzt. Den ganzen Viechern, die von allen Ecken kommen. Wir wissen nie, wo jetzt die sind. Und da ist Mr. Creeper. Ah, creepy. Weil mehr Viecher ich umbringe, umso... Ja, umso. Na komm her. Genau. Peter. Nee, Peter ist ja schon dort. Den haben wir, warum das? Wir sind ungelaufen. Oh Gott, und ich hab jetzt irgendwie... Nein, dann macht man das nicht. So machen wir das nicht. Und das mit der Eisenspitzhacke. Ah, Schweine. So, und jetzt noch schnell die Diamanten hier nochmal bauen. Wehe, da hat die heute in Lava hingesetzt. Ich hab' jetzt soo... Schnell dieses Kackwasser zugebaut. Weil das braucht man gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin kein Freund von Wasser. Ja. Also, nicht in Höhlen. Bin grad hochkonzentriert. Ach, hier ist der Spawner. Wetten, jetzt kommen die Opfer auf. Wetten, wetten, wetten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab' einen Bug. Ach, Lava. Ja. Oh, falsche Axt. Falsche Spitzhacke mein ich. Spitzhacke. Und ja... Ich weiß grad' überhaupt nicht, welche Folge das ist. Ich nehm' ja alles ineinander auf. Ähm... Aber ja, es häuft sich so langsam, wenn ich jetzt so übelst viel auf Spawn... Also, jetzt so habe... In petto... Da... Hab' ich ja ganz schön viel für euch jetzt die nächste Woche. Denn ich hätte jetzt die Woche keine Zeit. Also, ich rede jetzt grad von der Woche, die... Also, jetzt die... Ähm... Morgen anfängt, also am 8.8. Die Woche. Ich weiß ja, ne, weil ich das so hoch und hatte. Wird ja schon ne Weile her sein. Und ja, aber erst möchte ich mir noch ein paar... Fackeln craften. Und ja, da werde ich jetzt eh keine Zeit haben, weil ich ja arbeite wie Sau. Deswegen. Muss ja bisschen Geld verdienen. Und entschuldigt, dass ich so ruhig bin, weil... Das ist doch schlimm. Wir können nur ohne Monster spielen. Na gut, das wird's ja nicht mal Let's Survival heißen. Sagen wir nur Let's Entdecke. Let's Entdecke, das könnte man auch machen. Let's Entdecke. Let's Entdecke. Vielleicht werde ich da mal drauf zurückkommen. Und fange mit einem Let's Entdecke an. Und das ist jetzt hier weiter raus zu gehen. Du scheiß Vieh. Na hallo. Na hallo. Na hallo. Na hallo. Ich hab jetzt schon keine Lust. Oh Gott, hier oben sind welche garantiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ist das riesig hier, Mann. So verzweigt und eng. Uuuh. Wie gesagt, ich hasse das Wasser. Mach ich's lieber weg. Das ist sehr hindernd. Vor allem, wenn jetzt hier Lava im Weg ist. Wo die Quelle ist. Mal ihr entgegenschwimmen. Ach, hier ist er. Jo. Quelle gefunden. Sehr ungewöhnliche Quelle. Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt zum ersten Mal. Erstmal holen wir unsere Sachen ab. Und dann gehen wir hoch. Der war da quasi neben mir. Fuck. Ey Mann, es macht mir langsam keinen Spaß mehr jetzt hier. Komm jetzt da runter. Ja, wir müssen die Katze mal ausspielen, hä? Ich muss da runter. Und wie komme ich da wieder nicht runter? Wie immer. Ist doch schlimm. Ich weiß, dass wir hier noch rauskommen. Wie komme ich da direkt drunter? Ich glaube, das war hier drüben. Ja, hier war das irgendwie. Na du. Ich mache ich alle. Nein. Ich muss schnell da runter. Ach man, oh. Was ist das für eine Scheiße? Bin ich schon... Dreimal oder so. Schon wieder so ein Scheiß gelippt. Bin ich echt blöde, Mann. Diesmal habe ich meine Kiste dorthin und mache mir schnell dort ein Schwerber rein und so. Ich habe meine Diamanten in der Rüstung verloren. Also ich setze hier alles in Sand. Und so langsam verliere ich die Lust daran, hier ständig runter zu hoppen. Mich von sinnlosen Skeletten nerven zu lassen. Oder ich gehe halt jetzt schnell auf Peaceful. Hier ging es runter. Hier ging es runter. Genau, wunderbar. So stoppt ein Creeper. Hier ging es nicht lang. Nein, hier ging es doch nicht lang. Ich komme schnell dorthin. Ich habe so noch 5 Minuten Zeit. Mann. Wehe, sind meine Sachen kaputt gegangen oder verbrannt. Glück auf, da sind andere zu viele Sachen noch da. Oh, der Creeper da nervt mich. Also, Glück auf. Ich habe noch meine 4 Diamanten. Und wir gehen jetzt schnellstens hoch. Damit wir das erstmal hier alles wegschaffen können. Ich gucke nochmal schnell nach hier in dieser Bude, ob hier noch was ist. Wir machen es uns dann in der nächsten Folge ein bisschen gemütlicher. Habe ich hier was? Ja, hier habe ich ein bisschen was. Hier in Ohr. Kohle. String. Wir warten noch nicht alle 4 einstecken. Aber jetzt schnell, schnell, schnell hier hoch. Weil ich denke, da wartet schon wieder ein scheiß Skelett. Verdammt, das ist doch blöd. Der hat ja auch einen Spawner. Witten, man hat ja auch einen Spawner eingebaut. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Hier bestimmt nicht, oder? Würden die fackeln. Ach, da ist noch Platz. Okay. Ich kann da übrigens nur so wenig Fackeln noch haben. Meine Fackeln hin. Da mache ich noch schnell ein paar Fackeln. So. Und dann steht es wieder ein bisschen Platz. Das Ding habe ich hier rein. Oh Gott, ist. Das Ding ist fast im Arsch. Hm. Das siebe ich auch zu. Jetzt geht's back home. Erstmal alles Zeugs sichern. Oh. Oh, Mist. Das Ding. Ich wollte gar nicht entspannen. Und dann guckt mir so ein scheiß Creeper vor die Nase, Mann. Das ist doch kacke. Ich komme alle von der Drogen. Ich glaube, bevor ich nach Hause gehe, durch die Saison ausleuchten. Oh. also irgendwie wir haben wir nur pechgrad ich hoffe jetzt alles da ich glaube ich mal ein bisschen leiser auch ein bisschen entspannungsmusik weil ich gerade getroffen schon flogen mann dort ist vielleicht doch das regeln erinnert sich alles wieder ein jetzt sehen wir schon als wieder auf hier ja so geht das ding entschuldigt bitte meinen wohl gerne ausdruck aber wir haben noch lange nicht alles und ja was fehlt noch hier noch was irgendwie mann jetzt ist ja vieles weg hier schweig und vier diamanten sind noch gut hier ja hier sind die fackeln und vielleicht sehen wir noch was die fackeln dahin und schnell das schwert sind gezückt und wird das ist eine eine haben wir verspende ich glaube ja ich bände jetzt die folge ist meine lust ist im keller es tut mir leid da unten ist auch noch was ja das skelett habe ich ja keine lust und da gehe ich jetzt erstmal nach hause und ja bis zur nächsten folge garantiert sie kommt noch danke schön fürs zuschauen und bis bald